Norddeutscher Rundfunk 2021 Grüß dich, Franz. Grüß dich. Sieh nichts gewinnen. Dattie, hast du Angst vor dem Tod? Nein. Ich schon. Ist mir im Sterben nicht zu wüt? Du musst ihn ja nicht daran verdanken. Dass er dich nicht zu Feuer holt. Aus einer Familie mit deinen Reisen. Weißt du, was das ist, eine Familie? Verstehst du das überhaupt? Oder nichts? Ist du ein Biss? Was? Es ist recht hart, wir haben es klein. Steh gestanden! Unser Auftrag ist, mit den vorauseilenden Angriffsspitzen und mit den Verbindungen zu halten. Da geht's ja ins Meer. Gerade haben wir Dienstfeuern. Zahnen der Normandie. Die Hunde gehört das Tor reparieren. Ich hoffe, dass du nichts kriegst. Das verspreche ich dir. Ich hab mit dir beiwagen so ein kleines wie so ein Fuchs gefunden. Wo ist er? Im Außertand. Toronar, ich kann nicht mit dir leben. Komm du mich, komm! Komm du mich, komm. Komm du mich, komm! Komm du dich, komm! Komm du dich! Komm du geh mal?